Oh, hi! Verratet es nicht Barbie, aber heute übernehme ich ihren Vlog. Denn sowas machen wir Hunde, wenn uns niemand zuschaut. Tanzen, Vloggen, Socken klauen. Okay, also, Taffy kann nicht wirklich vloggen, aber ich habe mich gefragt, was wäre, wenn doch... Habt ihr schon einmal eurem Haustier in die Augen geschaut oder ihm dabei zugesehen, wie es etwas super niedlich ist oder vielleicht sogar etwas seltsames tut und habt euch gefragt, Was geht in diesem kleinen Köpfchen vor? Oh, okay! Wenn ich etwas traurig oder einsam bin oder einfach nur in Gedanken versunken, kann eine Umarmung von einem pelzigen Freund genau das sein, was ich brauche, um wieder lächeln zu können. In... Taffy! Taffy! Haustiere können uns so viel Freude bereiten und sie verlangen dafür so wenig zurück. Nur leckeres Futter, ein schönes Zuhause und dass sie geliebt werden. Und das ist so einfach, nicht wahr? Denn wie kann man ein süßes, treues und liebevolles Haustier denn nicht lieben? Schenkt ihnen einfach etwas Zuneigung und ihr habt einen Freund fürs Leben. Daher dachte ich, es wäre lustig, meinen Vlog Taffy zu widmen und all den lustigen, fröhlichen, wunderbaren Dingen, die sie tut. Besonders, wenn sie denkt, dass ihr niemand zusieht. Viel Spaß! Damit muss ich dich wirklich d studied. Jetzt, 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 jetzt! Bis zum nächsten Mal. Und? Wie fandest du es, Taffy? Oh, oh, okay. Oh, hast du mir ein Geschenk mitgebracht? Ja, ein angesabbertes Quietschespielzeug. Ich liebe es. Genauso wie ich dich liebe. Peace. Das ist Hundisch für Peace. Sag auf Wiedersehen, Taffy. Wiedersehen. So, you start by putting the red. Wow. See, together. Group shot. So, you start.